einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zurück zu ihr kennt das spiel es ist europa universales 4 und wir spielen heute mit dem neuen update dem 1.34 sweden update mit dem dlc lions of the north und lions of the north bringt massiv content für norwegen schweden dänemark skandinavien polen liter und polen liter und deutschen orten viele neue missionsbäume und damit auch viel mehr spielbarkeitsmöglichkeiten für eben jene nationen aber auch danzig gottland riga finland wenn es dann frei ist bekommt ebenfalls neue möglichkeiten zu spielen ansonsten gibt es noch mit dem update einzigartige regierungsformen in eben jenen regionen neue einheitentypen neue standesprivilegien neue einheitenmodelle und zwar 35 an der zahl und drei neue skandinavisch orientierte musikstückchen und drei neue baltisch inspirierte musikstückchen ja und wir spielen mit dem deutschen orden und hoch und weil ich natürlich relativ lustige zeitgenosse bin schwierig eigentlich gar keinen bock drauf aber ist das so was wir da also wir haben alle die dieses aktiviert fort irgendwelche anderen packen per music pack dann hier unten löwen des nordens sieht man mal ganz genau das skandinavische spezialeinheiten und so weiter ins wort alle anderen dies ist natürlich auch im besitz und aktiviert alles drin und wie immer wenn euch dieser beschissene content gefällt können wir auch umschafften bekommen nein glückliche länder ich muss ganz ehrlich sagen ich finde iron man jetzt hier nicht so wichtig ich habe da lieber ein bisschen mehr abwechslung und habe jetzt hier das ist nicht diese eine einstellung glückliche nationen das ist ja es ist dann nation im glück das hier und in der regel wenn das historisch ist bekommen acht historisch erfolgreiche nationen das ganze zugewiesen das sind also sich frankreich großbritannien preußen österreich spanien portugal so was das sind die nationen die diese poni zugewiesen bekommen aber wenn du es auf zufällig machst dann ist es halt einfach random und hast halt einfach so ein bisschen mehr zufallseffekte drin deswegen lassen wir hier den iron man ausspielen aber auch schwer einfach für die abwechslung und ich bin sehr gespannt wie das laufen wird aber in der zwischenzeit das hr schon relativ durch und den deutschen oder habe ich noch nie gespielt es wird relativ lustig aber rechnet 12.000 mann am eh ola mal gucken auf ersuchen von herzog konrad von massowien erobert der deutsche ordner im jahr 1225 das land der altpreußen und konvertierte sie zum christentum während die preußischen ländereien im laufe der jahrhunderte germanisiert wurden im jahr 1410 wurde der deutsche ordner in der schlacht von grunwald von einem gemeinsamen polnisch-litauischen her vernichtet geschlagen was den beginn seines niedergangs als unabhängige politische einheit markierte danach wurden drei bittere verträge unterzeichnet der erste friede von thorn der vertrag von melnose und der friede von brest der den orden de facto polen unterwarf als wäre dies nicht genug hat sich die lage des deutschen ordens in jüngster zeit noch weiter verschlimmert nachdem über das ganze land verstreute adel und das bürgertum den preußischen bund gegründet haben dieser fordert die macht des hochmeisters heraus könnte aber auch von polen und die ton genutzt werden um den land einen endgültigen schlag zu versetzen für den herrscher des landes können sich neue wege auftun doch um diese lage erfolgreich hinter sich zu lassen und den alten kreuzfahrer geist wieder aufleben zu lassen bedarf es entschlossenheit und geschick doch wer weiß vielleicht wird es in kommenden jahrzehnten auch andere gelegenheiten geben tja das ist eben die frage wird es welche geben oder ich habe ein waffenstillstandes mit polen leidern nur fünf jahre denke das erste habe ich kriegsgründe eigentlich österreich tja das ist natürlich dann schon bei einem problem wir haben keine wir sind natürlich keine mitglieder des reiches das bedeutet für uns wir werden nicht in der lage sein gegen mitglieder des hrrs krieg zu führen mal so wenig was sei von polen was ist damit mit gut land da oben ich denke gut land wäre einfach schon mal ein interessanter punkt so polen hast mich wie die peste brauchen auf alle fälle starke verbündete na toll ja auch relativ stark leider österreich wäre vielleicht schon mal einer dann versuchen wir erstmal mit österreich ein bisschen aber die möge mich auch nicht so wirklich armee stärke natürlich der schwierigkeitsgrad ist natürlich auch immer eine sache was das ganze uns zu schaffen machen wird so und vielleicht trotzdem erst mal ungern die beziehung zu verbessern ansonsten wahrscheinlich aktuell keine bündnispartner bekommen unser herrscher ist das schlechteste was du haben kannst ist es random ausgewürfelt okay der zum mal scheiße ich hatte gedacht vielleicht mit ein bisschen glück aber wir haben kein glück wir haben nur idioten im reich nächster versuch auf alle fälle habe ich holen böhmen und dänemark als rival das ist halt scheiße ich muss es natürlich ja auch machen dänemark und polen jetzt okay und folgen und folgen deutschen orten benötigt da wir derzeit kein designierten tonfolger für hochmeister konrad von ehrlichhausen haben können wir zwischen mehreren optionen wählen ich sehe aber nicht wie gut die sind leider kann jedenfalls einen stand verbessern oder verschlechtern in brandenburg preußen wir halten du karten entschützten des papstes das gefällt aber gar kein 244 schauen wir mal sieht es auch nicht so viel besser aus 358 plus im monat ja ist es wie gesagt die frage ist wohin expandiert sie könnten direkt gegen dänemark über den zaun brechen aber die haben natürlich nur wegen schweden als verbündete es kann übrigens noch zu problemen kommen was die übersetzung angeht steht hin könnten wir die beziehung zwischen deutschen orten und österreich könnten das ja eigentlich wert ist das klügste oder 125 ah das ist aber schwierig das ist so eine sache also wenn wir in dem reich beitreten also wir probieren es mal ich weiß bündnisangebot aus stettin wir nehmen es jetzt erstmal an und dann haben oben noch den die wohnischen ordnen den die nicht ab weil die wohnische orden ist an sich auch eine ein ziel was wir gerne angreifen könnten langfristig also wenn ich das sehe gibt es hier eine frontübergang und deren probleme mit rebellen schweden bittet und unabhängigkeitsunterstützung meinetwegen wir gehen auch direkt auf konfrontation ist das gerade scheißegal ich habe richtig bock auf stress ist okay in dem fall muss es unser herrscher tun ich habe mir was ist die ganze zeit heißen soll remove remove das ist doch einfach ein ganz normales altes event was wir schon seit vielen jahren haben neuigkeiten vom heiligen stuhl ein neuer kardinal dieses event gibt es nicht erst seit gestern ich kann auch viel weitere einheiten rekrutieren machen wir das auch gleich mal armee von 16.000 man das natürlich deutlich mehr wer da ist nämlich mit 12.000 man die situation des deutschen ordens der deutsche ordner seit orden adliger deutscher ritter die ins baltikum zogen um die stämme zu christianisieren obwohl diese mission schon vor jahrzehnten erfüllt wurde haben wir beschlossen im land der altpreußen zu verweilen und es zu unserer heimat zu machen zum missfallen polens in den letzten 40 jahren hat unser orden vier kriege gegen polen dessen verbündete geführt und als folge der rückschläge die wir diesen kriegen erlitten verschworen sich die reichen städte preußens gegen unsere preußische bund ist die unmittelbare gefahr die rasch besiegt werden muss doch nichts alles sieht für uns düster aus die zeiten ändern sich und der deutsche ordner steht am wendepunkt weil es uns gelingt die politische bedeutung zu besiegen können unsere staaten entscheiden welchen weg wir einschlagen sollen wir haben einen flexiblen missionsbaum nach abschluss der mission besiegt polen erhalten wir ein ereignis dass die verzweigten missionen durch missionen einer der folgenden beiden schwerpunkte ersetzt der preußische weg oder der kreuzritter weg am preußischen weg ist um die verweltlichung und auflösung des deutschen ordens und die reformierung zur nation preußen dieser weg handelt davon eine der stärksten armee der geschichte aufzubauen und die entwicklung der preußischen länder voranzutreiben er führt auch zu einem weiteren verzweigten missionsweg bei dem wir entscheiden ist ob ihr die diplomatischen kontakte zum hr aufbaut und nach deutschland expandiert oder ein eigenes schicksal als königreich preußen in polen ruthenien schmieden wollt oder der kreuzritter weg den zielen des ordens treu zu bleiben nämlich die christianisierung von heiden und ketzern ich denke wissen schon was wir machen werden wenn die kreuzritter spielen oder versuchen zumindest ob das klappt werden wir sehen doch bis dahin wird es eine weile dauern die neutrale haltung bringt uns natürlich nicht so viel übergeben auch freundlich haltung schon mal wir schauen mal es wird eine weile dauern natürlich das schicksal der neue mag ja das ding ist die brandenburg will jetzt die neumark haben das könnte es aber dafür sorgen dass sie uns den krieg erklären glaube ich oder also natürlich gebe ich meine ländereien nicht ab die können was wir können brandenburg echt zum bündnis machen ich weiß nicht warum ich überhaupt wieder gott warum macht man das wieder mit mir ich habe doch gar nichts getan holen ja mal zusammen 50.000 mann 56.000 mann wir kommen mit unseren verbündeten jetzt auf deutlich weniger selbst wenn wir mit denen bündnis eingehen würden wäre das nicht genug schweden hat dänemark krieg erklärt scheiße geile musik muss ich wirklich sagen jetzt bin ich im krieg mit brandenburg weil brandenburg jetzt mit in den krieg reingerutscht ist auf seite dänemarks und wir haben die pest ich könnte kotzen aber polen unterstützt den krieg auf seite von schweden okay da gehen wir mal mit rein sehr gut eigentlich nicht wir töten unsere verbündeten großbritannien england halt das hat den dänemark angestellt die haben relativ viel feinde die haben nicht also okay übrigens die option müssen wir uns auch im hinterkopf behalten dass es passieren kann dass wir da gezwungen sind langfristig auf einen neuladen des safes also das müssen wir uns bewusst sein das kann auf alle fälle passieren abnehmende macht des standes adel das ist eine gute sache die habe ich nicht komplett vergessen die haben das fenster überarbeitet natürlich erst mal das hier machen plus ein macht diplomatisch militärisch administrativ da führt kein weg dran vorbei wenn wir zu wenig grundland haben das ist halt einfach so nämlich null prozent land was sie selber kontrollieren aber das können wir natürlich später noch ändern bekämpfen diese probleme aber das ist erstmal sehr wichtig dass wir da diese extra punkte erhalten die sind natürlich langfristig echt enorm stark so schutz des kaisers ersuchen im jahr 225 bat der herzog von massowien konrad der erste aus der dynastie der piasten und zum hilfe im kampf gegen die heidnischen altpreußen die sich zu konvertieren weigerten natürlich stutzte unser ehemanswerter orden diese heiden zurecht bekehrte sie zum wahren glauben und besiegte alle die sich dem verweigerten daraufhin errichtete unser orden einen staat in west und ostpreußen und wir setzen unseren fort kreuzzug gegen die romuwanischen littauer fort dem königreich polen ist unsere präsenz in preußen jedoch seid ihr hier ein dorn im auge und selbst die littauer die wir seit vielen jahrzehnten bekehrt haben streben nach unserer vernichtung auch wenn das heilige römische reich unserem orden nicht besonders wohlgesund ist ist es dennoch die einzige macht die uns vor der polnischen bedrohung schützen können die beziehung zwischen dem deutschen ordner dem heiligen römischen reich sind bestenfalls oberflächlich es gab zwar deutsche könige die sich für unser wohlergehen interessierten doch die meisten kaiser des hr ers schenken uns keine beachtung und wir umgekehrt ihnen auch nicht denn unser hauptaugenwerk lag schließlich auf den krieg gegen die heiden des balticums gelegentlich schlossen sich sollten aus dem reich entweder unserer oder der gegnerischen seite an wie in der schlacht bei grunwald im jahr 1410 doch größtenteils koexistierten unsere beiden reiche einfach angesichts der drohenden gefahr durch das polnische königreich ist es jedoch an der zeit dem kaiser die hand zu reichen und um kaiserlichen schutz zu bitten die frage ist ob wir im reich akzeptiert werden ja dann kriegen wir zu rufe und hoffen dass sie uns schützen gegen polen man darf nicht vergessen wir spielen auch schwer das ist hier kein pipifax gameplay auf einfach oder normal das ist schwer das heißt wir müssen hier deutlich klüger denken wir brauchen mehr verbündete wir brauchen reserve notfallstrategien wir brauchen mehr geld es ist deutlich deutlich schwieriger als auf normal spielt allein schon von den bündnissen her ist es deutlich einfacher bündnis zu bekommen wenn man auf normal spielt ok die rase der ritter oder reise unsere schlachten gegen die heidnischen littauer im 14 jahrhundert zogen viele große ritter aus westeuropa an vor allem aus frankreich und england ihre saisonalen reisen in die preußischen länder schufen den begriff reise der grob feldzug bedeutet erst als die litauer ihre romanischen glauben aufgaben und zum christentum konvertierten hatten diese feldzüge der größten europäischen ritter gegen die heidner nände für viele ist die zeit der militärorden zu ende und wir werden nur noch als relikt einer vergangenen ära angesehen doch jetzt ein letztes mal rufen wie die ritter europas zu ihrer letzten reise okay das gibt uns für 30 jahre 25 jahren paar coole boni unter anderem fesche armee tradition die man sich trotz allen immer noch relativ niedrig ist so dass mit den ständen das können wir selber lösen oder wir machen das mit diesen events ich würde das aber erstmal selber lösen oder zu versuchen selber zu lösen alter dieses polen also dieses habe wir haben schon wieder unfassbar viel pech ach komm es was wir machen es trotzdem kurz so das gibt uns zwar autonomie was wir jetzt machen ist wir splitten unsere truppen österreich wird sich wir sind nie ist gar nicht wegen krieg aber sehr unwahrscheinlich dass wir hier das das bündnis bekommen leider muss ich gestehen der schwedische unabhängigkeitskrieg ist vorbei bisschen dukaten dies das ananas auf nach hause deutsche orden schließe ich dem reich an vorerst der kaiser hat unsere bitte angenommen und uns in heilige römische reich eingeladen hielt es jedoch aufgrund und aufgrund unseres rufes für nötig uns vorschriften zu machen bis wir ordentlich in das reich eingegliedert sind wir wurden ins heilige also ich kann das ablehnen und möchte dass es annehme kann ich keinem im reich das krieg erklären wenn wir einem mitglied des heiligen römischen reichs den krieg erklärten aus dem reich ausgeschlossen oder kriege das angriffskrieg gegen österreich ich habe scheinbar keine andere wahl erst mal ach so ach der krieg ist noch gar nicht vorbei nur brandenburg war vorbei wenn ich jetzt brandenburg den krieger klar ist direkt krise steht zwar nichts dabei aber wir werden halt dann quasi aus dem reich geschmissen da wir enge beziehung zum kaiser wir könnten kurwürde was brauchen wir denn dafür füllen ist mit österreich 200 meinung kauft die kurwürde 6000 dukaten digga richtet das königreich jerusalem wieder ein auf alle fälle da habe ich richtig bock drauf ja müssen also österreich den arsch küssen das wird schwierig wie wäre es mit wir können keine staatssee eingehen weil wir keine regierungsform dafür haben wir sind ein ritterorden wir müssten ja quasi dann weiß ich ob das irgendwie als event kommt mal oder wie das jetzt dann läuft na gut nichtsdestotrotz müssen wir expandieren diese expansion die gefällt mir selber nicht es tut mir auch echt leid dass sie dann nachher so laufen muss aber sie wird dann gegen unsere ehemaligen verbündeten gehen oder unsere besten freunde den libhonischen orden weiter mit weißem banner 9000 mann aber sind haben wir jetzt ich weiß nicht genau warum die da nichts machen gegen die rebellen unsere armee ist relativ teuer nein nicht titel verkaufen geht noch nicht geht noch nicht okay im ton folger 244 machen wir jetzt weiter wieder ein für geld oder nehmen wir den für geld scheiß drauf auf 533 digga so kurz eine versammlung einberufen kirchenstadt 100 meinung moskau 50 meinung handelsmacht wissen das mit dem kirchenstadt die müssten mich doch eigentlich eh mögen ich bin auch hier der der diener gottes wir müssen eh gucken dass wir den klerus ein bisschen zufrieden stellen warten jetzt aber noch bis der krieg da oben vorbei ist mich unterstützt natürlich keiner wie immer aber ich würde eigentlich fast schon behaupten dass wir hier in der lage sind diesen krieg so zu gewinnen die engländer sind im krieg mit frankreich und holy shit machen die franzosen die engländer kalt was auch sicherlich damit zusammenhängt dass die englischen truppen in einem unabhängigkeitskrieg hier mit drin stecken die frage möchte ich mich da einmischen woher ist gut okay war eine dumme idee so volkers ist auch raus aus dem krieg ich hab gerade meine flotte halb verloren dummer fehler meinerseits war nicht so schlau okay kann ich dir noch bündnisse anbieten kein gescheiten jedenfalls soll ich euch jetzt den krieg erklär erobern von goldingen besetzt von rebellen können sich gleich große teile der länder rein erobern polen und litau haben auf alle fälle auch truppen verloren und das ist das allerbeste wir stehen jetzt aber natürlich auch unter schutz von österreich soll ich den krieg suchen oder soll ich ihn nicht suchen oh ups no risk no fun sagt nun immer es ist nur die frage scheiß auf unruhe jetzt belagern die mich aber gut wir gehen mal direkt drüber wir schlagen hier quasi die schlacht für den nivonischen oder läuft ja super okay einmal kurz nach hause die können aber nicht mich unterstützen aus versehen ne genau ihr könnt aber ein bisschen belagern wir warten hier noch ein bisschen minus 4,65 wir werden auf alle fälle werden wir später Darlehen aufnehmen müssen das wird sich nicht vermeiden lassen die rekruten reserve haben die 11.000 zehntag wir haben relativ viel rekruten reserven ich sehe mich schon söldner rekrutieren nochmal 6.000 mann extra das ging ein bisschen schneller als geplant war die renaissance hält einzug ganz nebenbei seit dem 14 jahrhundert förderten die reichen und mächtigen in den italienischen stadtstaaten künstler und gelehrte die gewillt waren die alten römischen und griechischen gesellschaften ihrer vorfährte zu erforschen als kulturelle bewegung erstreckte sich die renaissance bereits über einen großteil der regionen und hatte immensen einfluss auf literatur kunst philosophie und musik humanistische gelehrte analysieren darüber hinaus die gesellschaft in der sie leben und vergleichen sie mit den idealen der philosophie der antike zur jahreswende 1450 ist der humanismus der renaissance zu einer reiferen bewegung geworden die kurz davor steht sämtliche aspekte der gesellschaft zu durchdringen ein neues ideal für herrscher wie beherrscht er gleichermaßen verbreitet sich so rasch wie es die früheren druckereien ermöglichen ein wahrer humanist der renaissance ist ein experte auf jedem gebiet von der politik und der philosophie bis hin zur kunst der textanalyse der musik und der architektur die renaissance ist nun bereit die welt so zu gestalten dass sie besser zu den idealen der antike passt damit würde ich an der stelle sagen wir sind raus zu heute wir sehen uns nächste folge wieder meine freunde danke fürs mit dabei gewesen sein hoffe es hat euch gefallen neue kampagne neues glück hoffentlich macht's gut tschüss wir sehen uns wir sehen uns wir sehen uns Vielen Dank.